Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Tobis Harte Ecke. Ich bin nicht der Tobi, ich bin der Auge. Was haben wir heute für euch? Naja, heute mal kein Review, sondern ein kleines Gewinnspiel. Wir wollen nämlich was raushauen und das ist für euch. Das hier hatten wir ja schon bei uns im Test. Das ist Stormwatch X von LC Power. Das kommt zu einem von euch, der dann hoffentlich was Schönes da reinbaut. Das gute Stück hier hat schon 10 Lüfter drin, die originalen von LC Power. Und ich bin mal gespannt, wer das gewinnt, was der dann damit anstellt. Würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn wir dann nochmal eine Rückmeldung kriegen. So das eine oder andere Bild. Wäre ganz cool. Und bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Verbringt es im Kreis eurer Familie, mit euren Freunden. Macht euch eine schöne Zeit. Genießt die Vorweihnachtszeit. Ein paar besinnliche Tage. Und ansonsten wünsche ich euch einfach viel Glück. Und ich hoffe, dass der, der es gewinnt, es auch gut gebrauchen kann. Also, viel Glück, viel Spaß beim Mitmachen. Wir sehen uns. Euer Roy. Ciao. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.